Claudia, wie geht es mit den Geräten? Kann man davon ausgehen, dass das on the grid läuft? Reality? Reality? Nein, ich bin mir da nicht. Der Reality, ja weißt du, da bin ich ähnlich. Der Reality-Check sollte eigentlich funktionieren. Wir haben ja den Vorteil, wir haben ja quasi bei on the grid und bei InsidePolitik sind einige Erfahrungen gesammelt, Felderfahrungen, ne? Genau. Und das sollte eigentlich heute ein bisschen ein Anlass sein, ein kleines Presumier zu machen, also keine epischen Ausführungen. Ich erkläre nur kurz, wer ist der Mann mit diesem wunderschönen Hahnentritt Sarko? Gelernt ist gelernt, ich war einmal Herrenausstatter vor vielen Jahren. Das ist August Peter Zurck, ein sehr guter Freund von mir. Und nicht nur das, sondern er ist der Mann, der hinter diesem Mann steht. Also nein, in dem Fall habe ich keine Frau, die hinter mir steht, aber meiner Mutter sei trotzdem Dank ausgesprochen. Danke für die feindlichen Worte. Kommen wir jetzt aber gleich zur Sache. Du fliegst heute, wir sind ja nicht zufällig am Flughafen, du fliegst heute wohin? Wohin und warum und was erwartest du dir? Ja, also wohin? Ich fahre heute mit einem Freund von der TU Graz nach, oder ich fliege nach Hamburg. Ich habe es ja schon bereits angekündigt, das war noch topgeheim bis vor ein paar Stunden. Warum? Weil in Hamburg findet der Chaos Communication Kongress zum 32. Mal statt. Kurz gesagt, das ist vom Chaos Computer Club das Hacker Event schlechthin mit bis zu 10.000 Teilnehmern. Das war letztes Jahr Besucherrekord. Und der 32C3, wie der Kongress abgekürzt heißt, ist vor allem eine Veranstaltung, in der Gesellschaft IT, Technikversierte und Geeks, wie auch andere Freaks, aufeinander treffen und untereinander vernetzungstechnisch sich austauschen können. Das heißt, du glaubst, oder wir auch beide hoffen ja, dass vielleicht ein paar neue Inspirationen von dir mitgebracht werden. Weil wir wollen ja nicht unerwähnt lassen, das heilige Jahr war ja spannend. Zum Beispiel eine sehr interessante Präsentation unseres sehr geschätzten Johannes Kübeck. Es ist uns jedoch auch gelungen, drei Landesenten zu interviewen. Ein paar andere sind bei uns leider erst auf der Piste, wir haben es noch nicht geschafft. Manche haben uns entwischt, aber das ist eine andere Geschichte. Wir konnten auch schon eine Bewerberin für das höchste Amt im Staat, das war Dr. Chris, im Interview. Gab es schon einige Aufregungen? Ein Stadtrat äußerte eine Meinung? Unter anderem, ja, vor kurzem. Dieser Stadtrat wurde übrigens in meinem letzten Blockeintrag mit den Weihnachtswünschen namentlich erwähnt. Aber lassen wir das jetzt, weil er hat sich sehr engagiert in der Sache Inside Politics Hilf ausgezeichnet. Und hier einen Obdachlosen in Grazia Comini für die Zeit der Weihnacht und hoffentlich auch danach jetzt mal ein Dach über den Kopf besorgt. Ich möchte ein bisschen pointiert sagen, es war sehr interessant. Wir haben uns beide da die sogenannten Lokalpolitiker gewarnt. Man guckt einfach in das Landesgesetz, da tut der Stadt Graz und schaut einmal her und so weiter. Der eine sagt, na ja und so weiter, ich fühle mich nicht zuständig. Der zweite sagt, ich kümmere mich gern, ich lasse sie die Obdachlosen durch die Polizei verscheuchen. Aber es hat sich dann herausgestellt, es gibt auch Leute mit Moral und Verstand, die einfach sich bemühen, angemessen etwas zu machen. Es gibt nämlich auch hier in Graz viele alte Leute oder Ähnliche. Und da möchte ich persönlich im kommenden Jahr vielleicht einen kleinen Finger drauf lenken. Das ist mir auch sehr wichtig. Und wie gesagt, deswegen findet die Tombola nicht statt. Aber wenn ich plötzlich darf, dieses Buch gibt es nach wie vor signiert. Es kommt demnächst ein Gewinnspiel und der Erste, der die Frage beantwortet und mir schickt, der bekommt dieses Buch von Kübeck. Jetzt ist mir natürlich die Sonnenbrille verrutscht, aber ist egal. Zwischen den Zeilen ist ein sehr interessantes Resümee von Johannes Kübeck, einem seines Zeichens Journalist bei der kleinen Zeitung, der demnächst, jetzt Anfang nächsten Jahres, in Pension geht, meines Wissens. Und indem er sowohl das wirtschaftspolitische in der Steiermark, also die Stahlkrise der 70er, 80er Jahre, genauso wie eben die letzten politischen Entwicklungen der letzten fünf Jahre sehr genau betrachtet und aus einem persönlichen, da ist ja subjektiven Blickwinkel versucht, den Leuten zu erzählen, welche Erfahrungen er mit Menschen hatte, die auf ihn zugegangen sind, nämlich die Leute, die eben wirklich gemerkt haben, die Wirtschaftskrise geht, an den eigenen Senkel. Eine interessante Frage hast du dir vorgenommen für Hamburg, nämlich, wie sich eigentlich jetzt insgesamt das Thema Transparenz, Open Government Art oder ähnliches in der Community bereits weiterentwickelt, das tut sich einiges. Da fehlt es scheinbar noch ein bisschen am Durchzünden, aber die EU hat ja mit dieser BSI-Richtlinie, glaube ich, heißt die, ne? Genau. Einiges gemacht. Ich bin schon sehr gespannt, was du mitmimmst. Ich bin auch gespannt. Ich freue mich. Persönliches Highlight sind diesmal drei Vorträge. Klassiker Nummer eins, EFNO, Jahresrückblick von Frank Rieger und Felix Leitner, Vulgo Fefe, sehr bekannt, Fefes Blog, und ebenfalls von Frank Rieger Security Nightmares, als auch, und da bin ich auch sehr gespannt, Maximilian Schrems, Europe vs. Facebook. Dürfte eine interessante Perspektive sein, einmal das aus der rechtlichen Sicht zu sehen, was eigentlich die IT auf die Gesellschaft, also wie sich die IT auf die Gesellschaft auswirkt und umgekehrt. Nachdem wir im Hintergrund schon gehört haben, dass die Turbinen deines Chats quasi warm laufen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen unseren Gästen auf Facebook, YouTube und wo auch immer, wir uns eigentlich präsent gehalten haben. Zuerst einmal für ihre Treue und für ihr Interesse, aber genauso für ihre teilweise Kritik, freundliche Kritik, auch beißende, da oder dort war es ja nicht einmal so ganz und so weiter. Die haben sie alle aufgenommen. Auf jeden Fall, ich möchte mich bedanken und gebe dir noch ein Schlusswort. Und dem kann ich mich nur anschließen. Ohne euch oder ohne Sie wäre das nicht möglich, was wir tun. Wir haben heuer knapp 50 Filme produziert, wovon noch nicht alle veröffentlicht sind. Aber ja, wir haben genug Material und wie man beim letzten Beitrag zur Kurdenfrage gesehen hat, der Beitrag wurde ursprünglich im Jänner produziert, aber ist gerade sehr aktuell. Man merkt, Politik wiederholt sich auch immer wieder gerne. Und in diesem Sinne, ich freue mich auf ein spannendes 2016. Das 2015er Jahr war sicherlich ein geschichtlich prägendes. Und alles Gute, habt noch schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Prosit! Prosit!